Der Arzttermin-Service der BIC Jürgen ist oft auf Geschäftsreise und hat wenig Zeit, sich um seinen Alltag zu kümmern. Bei seinem letzten Arztbesuch hat ihm diese aber empfohlen, seine immer wieder mal auftretenden Hautreizungen vom Hautarzt untersuchen zu lassen. Da Jürgen keine Zeit hat, sich von Hautarzt zu Hautarzt durchzutelefonieren, nutzt er den Arzttermin-Service der BIC. Hier kann er ganz bequem online oder per Telefon seinen Arztwunsch, sein Einzugsgebiet und seine Wunschzeit hinterlegen und die BIC übernimmt die Telefonie für ihn. Der Arzttermin-Service kann ihm zwar keine früheren Termine verschaffen, so muss er aber nicht gezielt suchen, anrufen und in Warteschleifen hängen. Besonders praktisch für Jürgen. Er wird einen Tag vor dem Termin nochmal daran erinnert. So geht ihm auch im Stress des täglichen Lebens der Arzttermin nicht unter. Jürgen ist begeistert, dass er sich mit dem Arzttermin-Service um nichts kümmern muss und trotzdem seinen Facharzttermin bekommt.